ich bin ja immer noch an der Variante am Tüfteln wie ich Diablo 1 anständig hinkriege damit ich das anständig zocken kann damit das anständig läuft auf Windows 10 ne ist aber gar nicht so einfach ätherischer Jadestein vielleicht habt ihr ja da ne Möglichkeit also ja natürlich geil wenn einer ne Möglichkeit hätte wo ich Diablo 1 anständiger als Windows 10 zocken kann mit Diablo 2 bin ich ja jetzt so zufrieden so wie es läuft also kann man echt anständig spielen hin und wieder je nachdem aber das liegt am Eifer des Gefechts wenn halt viel passiert oder mal schnell sein muss da kommt er schon mal vor das äh dass ich auch um das so hänge aber das ist ne minimale Sache also das kann man nicht machen das kriegt man ja auch relativ gut geschnitten also dass bei Diablo auch schnell wieder ein Spiel geht und nicht so lange dauert also von daher ist alles gut wow was geht mit euch ab? seid ihr auf Droge oder was? Alter die haben geballert jetzt ey leck mich fett das ist das ist das ist das ist ich hab ein paar mehr äh also paar mehr äh es war natürlich also irgendwas fehlt ihm danke ja, wie denn was haben wir hier auf jeden fall habe ich wieder ein level ab also ich muss sagen hier levelt man recht gut aber das level geht gut voran muss ich ja muss ich sagen so scheiße also ein bisschen heil trinken wir jetzt auch mal nicht schlecht warum mangelt es denn immer irgendwas die habe ich kann doch nicht wahr sein wieder mal heilig ja das ja der dinge du bist auch der cleverste hier ne von der sonnenseite da steht er da mit seinem spiel hallo ich glaube ich musste mal einkaufen ja ich kauf mal so ein paar nicht das war ja klar direkt dann auch schenk so betrothet schenken nun kann hallo wieder ruhiger schlafen ja a little bit ich kann nicht noch mehr tragen es geht ab hier doppelt so viele heiltränke so eishochland ariath hochebene kristalldurchgang ok ich kann nicht noch mehr tragen ich kann nicht also voll mein gott haben wir denn jetzt langsam ich bin überladen das gibt es auch gar nicht fett auf mit dem scheiß mein leben sehe ich gerade oder sehe ich gerade nicht mehr ich kann nicht noch mehr tragen was geht ab mit euch ich bin Oh nein! Nein! Ich hab's gern. Abend. Sehr gut. Ja, danke. Guten Abend. Also voll die volle Stimme. Ich werde versuchen, mich mit den Leuten im Dorf besser zu verstehen. Und dann, guten Abend. Guten Abend. Ja. Verkaufeln, verkaufeln. Nein. Nein. Ja. So, dann machen wir erstmal hier die Hauptkiste wieder ein bisschen sauber, würde ich sagen. Sonst wird das wieder ein bisschen viel. Und viel Chaos ist nicht gut. So, das, das, das. Das wird ja noch verkauft. Tränke werden immer mehr. Geil. Ne, das Ding kann auch verkauft werden. Das Ding kann auch. Schädel, Schädel, Schädel. So, das wird verkauft. Das wird verkauft. Äh, ja. Hier, das sind Sachen, die werde ich mal festhalten. Oh. Das werde ich da rein tun. Gelb. Gelb. Boah, alles so riesen Trümmer, ne. Alles so riesen Trümmer. Krass. Ringe, Amulette und Juwelen werde ich eine eigene Kiste machen. Würde ich sagen. Ich muss irgendwie hier ein neues System finden, glaube ich. Äh, ja. so. 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 So, ich hole mal ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Ja. Ja, schon mal ein bisschen mehr. Ja, schon mal ein bisschen mehr. So, dann mache ich Ringe, Amulette und Juwelen, ja. Und dann noch so, graue Sockelsachen. Ja. Ja, ja, dann habe ich nämlich wirklich, die erste Kiste ist dann komplett für Skladderadatsch. Guten Abend. So, dann bringen wir das mal wieder weg. So, Eishochland. Jetzt habe ich ein bisschen Platz, jetzt nehme ich es nochmal mit. Alter. Alter. Ich muss erst mal weg, ich muss erst mal weg. So, bleib mal ganz ruhig da stehen, Junge. Ganz cool bleiben, Söldner. Wir gehen den jetzt töten, hoffe ich. Wenn der mich nicht wieder aus dem Leben tritt. Erst mal ganz geschmeidig einsortieren. Heilen. Und. Alter. Oh, 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 oh. Alter, ist geschehen. Boah, Alter, was ein Kampf hier, ey. Nehme ich alles mit. Puh. Oh, yeah. Ja, ja. Ah, doch. Doch, was gefallen. Zwar nicht in der Augenwichtung, aber. Oh, 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 oh. Ja. Warum? Raus da. Zehn Soldaten noch. Kriegen wir hin. Irgendwie. Jetzt haben wir hier einen Zauber. Ich bin überladen. Unmöglich. Ja. Ja, ja, ja. So, so. Wir brauchen noch zehn Stück von den feinen Herden. Ich bin da, ich bin da. Ah, langsam, hier komme ich ja hier voll ins Element wieder. Von Diablo. Voll im Feedback. Okay. So, jetzt fehlen noch fünf. Ein Topaz auf, sehr schön. Piu. Ja. Ja. Es läuft. Erstaunlich gut sogar. Boah, bitte nicht alle ballern. Ich muss sagen, auch mit der Mana und so, oder? Komm, ich fange mal wieder. Klar. Ah. So. Dann mal kurz wieder einräumen. Ey. Die ballern hier auf mich. Wenn ich einsortiere, ist das verboten. So. Reden Sie mit Lasuk. Kehren Sie zu Kogsalber zurück. Ey. Ey. Ja. Ja. Weiß ichя. das war schon sehr interesse so quack kick danke dass ihr meine männer gerettet habt sie haben nur gutes über eure tapferkeit im kampf berichtet vielleicht gibt es doch noch hoffnung für uns wenn ihr wollt könnt ihr einige der geretteten als söldner anheuern und bitte nehmt diese runen ich hatte sie für einen schild mit sockel fassungen aufbewahrt glaube jedoch ihr habt eine bessere verwendung dafür achtet darauf dass er sie in der richtigen ordnung anbringt damit sie ihre ganze macht entfalten so 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 so